Der Consig Supremo de Italia kurz. Consig de Italia war eine Einrichtung, die die spanischen Könige bezüglich der Herrschaftsgebiete in Italien beraten und Entscheidungen des Königs vorbereiten sollte. Der Consig waren aber auch eine Kollegialbehörde, die selbstständig Regierungs- und Verwaltungsaufgaben erledigte. Der Consig de Italia wurde 1556 durch König Philipp II. von Spanien geschaffen und in mehreren Stufen bis 1559 aufgebaut. Vorgängereinrichtungen König Alfons III. von Aragon richtete von Fall zu Fall ein Beratergremium ein, das ihm zu den anstehenden Regierungsentscheidungen Vorschläge machte. Unter Peter IV. wurde das Consig eine feste Einrichtung der königlichen Regierung. Er richtete auch eine Staatskanzlei ein und machte ihren Leiter zum Vorsitzenden des Consigros. Durch den königlichen Erlass vom 19. November 1494 vereinigte Ferdinand II. den Consig Real der Krone von Aragon und die Cancillaries in einer Behörde, die in erster Linie mit Juristen besetzt war. Dieser so entstandene Consig de Aragon war einer der Consigros, die sich mit den jeweiligen Regierungsangelegenheiten der katholischen Könige befassten zum Beispiel Consig de Indias, Consig de Castilla, Consig de la Suprema y General Inquisition. Nachdem Ferdinand wieder die Herrschaft über Neapel erlangt hatte, richtete er 1505 einen eigenen Consig für Neapel ein. Eine Zuständigkeit des Consigros de Aragon lehnte er ab. Da der Sieg über die französischen Truppen in Italien durch Mittel- und Militärs errungen worden war, die aus Gastillien stammten. Die Mitglieder des neuen Consigros waren allerdings Juristen des Consig de Aragon so, dass eine enge Beziehung zwischen den beiden Einrichtungen bestand. Nach seiner Rückkehr aus Italien löste Ferdinand den Consig zwar nicht auf, aber er arbeitete unter dem Namen Auditorio del Rey weiter. Im Laufe seiner Regierungszeit schränkte König Karl I. die Kompetenzen des Consig de Aragon ein, so dass die Schwerpunkte der Arbeit des Consigros beim Rechtswesen und der Beratung des Königs und weniger in der direkten Verwaltung lagen. Bezüglich Mailand ist als Vorgängerinstitution der Senat von Mailand anzusehen. Die Einrichtung war von Ludwig XII. von Frankreich gegründete worden, um nach dem Modell des französischen Parlamentes Aufgaben der Rechtsprechung und Verwaltung zu vereinigen. Die anfangs 15 Mitglieder gehörten dem lombartischen Hochadel an. Durch Ersetzung eines Teils dieser Mitglieder und die Erweiterung der Anzahl durch Juristen verwandelte Karl V. den Senat in eine juristisch versierte Behörde um. Grund für die Schaffung des Consig de Italia Die Schaffung des Consig de Italia durch Philipp II. geschah im Rahmen einer allgemeinen Umstrukturierung der Verwaltung der Herrschaftsgebiete, die der König von seinem Vater übernommen hatte. Diese Herrschaftsgebiete waren nicht identische mit den Herrschaftsgebieten der katholischen Könige, so dass ein Rückgriff auf alte Strukturen nicht sinnvoll war. Ein Grund für die Schaffung eines Consigros, der sich nur mit italienischen Angelegenheiten zu befassen hatte, waren Probleme. Die im Consig de Aragon bei der Berücksichtigung und dem Schutz der sehr unterschiedlichen örtlichen Vorrechte der Herrschaftsgebiete der Krone von Aragon aufgetreten waren. Zuständigkeit Der Consig de Italia war örtlich zuständig für beide Sizilien, also die Insel und das auf dem Festland liegende Königreich Neapel. So wie für das Herzogtum Mailand, die Insel Sardinien, die heute zu Italien gehört, lag weiter im Wirkungsbereich des Consig de Aragon. Die inhaltlichen Zuständigkeiten wechselten im Lauf der Zeit immer wieder. Grundsätzlich war der Consig befasst mit allgemeinen Regierungsentscheidungen, der Rechtsprechung, der Wirtschaft, dem Besitz und den Finanzen der Krone und des Staates wie Zöllen und Zehnt und der Ernennung von Inhabern ziviler und militärischer Ämter. Zusammensetzung Entsprechend der Aufgabe des Consigros den König in Fragen des örtlichen Rechts, das zu der Zeit kaum als godifiziertes Recht vorlag und den traditionellen Verfahrensweisen zu beraten, war der Consig üblicherweise zur Hälfte mit Juristen aus den Herrschaftsgebieten, zu denen beraten werden sollte, besetzt. Der Consig de Italia setzte sich also aus einem Vorsitzenden und je zwei Mitgliedern für Mailand, für Neapel und für Sizilien zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017